Hallo, ich bin Steven, ich bin in der zweiten Lehre als Polymechaniker und mache die Lehre für den HMAG. Heute zeige ich euch einen Einblick in meinen Lehrbetrieb. Bei uns als Polymechaniker stellt man Teile aus Stahl, Aluminium oder Messing her. Hier sieht man mich gerade, wie ich ein Teil an einer Drehbank drehe. An einer Drehbank fertigen man hauptsächlich rundeteile. Hier sieht man mich gerade am Schleifen. Auf so einer Maschine kann man bis auf einen Hundertstel Millimeter genau arbeiten. Das Ventil, das ihr gerade seht, muss so genau geschliffen werden, damit anschliessend kein Öl rausläuft. In der Baugruppenmontage werden gefertigte Teile zu einer Baugruppe zusammengebaut. Hier ist genaues und sauberes Arbeiten nötig, damit später in der Endmontage nicht zu Komplikationen kommt. Jetzt bin ich am Ende des Arbeitsprozesses, und zwar in der Endmontage. Ich bin hier gerade an einer Montagemaschine dran und stecke die Pneumatikverschlauchungen zusammen. Das Besondere an der Firma HME AG ist, dass man vom Rohrteil bis zur Endmontage am Arbeitsprozess beteiligt ist. So, das war mein Alltag. Wenn ihr mein Leben darüber einen Eindruck hinterlassen habt, dann kommt doch mal vorbei. Das war mein Alltag. Untertitelung des ZDF, 2020